Ja, hör mir auf! Haben Sie es gegessen, aber es ist nicht auf dem Film. Das müssen wir nochmal probieren, jetzt einmal. Also, jetzt noch, Herr Estermann, das ist fürs Album. Schmerzt es noch? Gut für Hilfe. Ich mag es wirklich. Jetzt stechen sie ihn ab. Stirb, du Viech. Sehr tapfer, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Und die haben wir wirklich klediert. Ja, das müssen Sie festhalten. Es ist dein Turn. Nein, nein, nein. Nein, es ist dein Turn. Wir legen es noch. Thomas, jetzt bist du dran. Nein. Nein, ich muss ja vorher. Ja, du auch? Ich muss ja vorher. Ich mache es schon noch, aber wir sind Zeit. Ich muss ja filmen. Ja, das ist es, aber es ist sehr toll. Ich muss ja vorher sie machen. Na, sie spiel an. Ja, das ist toll. Wenn man eine grobe ist, dann hat man... Das ist toll. Du bist ja vorher nicht drin. Ich möchte nicht nur noch zwei Kälte. Ich möchte nicht nur noch zwei Kälte. Und das ist sehr willig. Und das war's für ein Kälte. Wunderbar! Kann ich noch ein paar Teile haben? Ja, vielleicht! Das ist zu groß! Nein, das geht schon! Nein, das geht schon! Du denkst, dass ich nicht spüren? Das ist gut! Das ist gut! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Und, gehts? Ich werde alles festgehalten! Ich mag ihn nicht runter! Ich mag ihn nicht runter! Ja, ich bin ja der Kameramann. Oh, das ist ja brutal. Ja, geht das runter? Scheiße, der bewegt sich nur an dem Stäbchen. Der bewegt sich nur noch. Na echt? Wo ist er gerade? Immer noch oben? Ja, muss man den nicht irgendwann schlucken? Ja, voll schau. Oh, maybe it takes certain minutes to put it in the stomach. Can you drop it down when it's still alive? You have to kill it in the mouth. Better to kill it in the mouth. Okay. And how do you kill it? Just continuously chewing, chewing. Really? Meine ist unten. So you have to chew it. Wir sind jetzt gefilmt, oder? Ja, klar. Wir müssen am Teller auch mal halten. Ja, das mach ich schon die ganze Zeit. Da haben wir schon. Dass man sieht, wie schön sich das bewegt. Ja, das hab ich. Jetzt dem Herz mach ich mal eine Aufnahme von ihm. Ach, lecker. Boah. Aber jetzt lassen sie schon langsam die Lebensgeister. Stimme Liebe. Ich hab jetzt gerade einen Schnaps hinterher. Oh, hör mir auf. Ich hab jetzt mal einen Schnaps hinterher. Was passiert, wenn ich das hier mache? Und dann halt die Frauen und dann halt tot ist. Wieso? Ich weiß nicht, was dein Magen macht, wenn er sich festzaugt und... Die alte Sau, die kommt ja gar nicht auf meinen Spieß hier. Ja? Boah, der saugt sich ja noch fest. Komm, ich mach einmal auf einmal von Ihnen jetzt da. Es läuft schon. Es läuft? Also, greifen Sie zu. Ja? Muss ich zoomen auch irgendwo? Nein, nein, nein. Einfach bloß hinhalt. Einfach hinhalt. Jetzt kommt eine mutige Aktion. Oh, der ist so richtig. Also, ein Tipp von mir. Ich mein, ich hab schon drei Stück verjausend, gell? Ich täte es mit der Gabel nennen. Mit der Gabel. Oder? Weil... Ist da... Jawohl! Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Na und? Geht's nicht? Nein, der sagt sich das. Da hab ich jetzt aber schon Angst davor. Anstechen. Ja. 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 Aber dann bring ihn ja um. Das ist ja auch, wenn man die Sau hat. Ja. Oder wenn man die Sau hat. Ja. Ja. Mit den Fingern vielleicht? Nein, Finger. Finger. Hier, ich. Aber voll rein. Oh nein, try to help me. Ich hab ja schon mal Kakerlaken gestern. Der springt ständig vom... Ja, eine, eine, eine. Wind. Bevor der Film raus ist. Das ist fake. Ja. 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 Ein Tipp von mir, wenn er schön fassig wird. Ja. 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 So, wo sind noch Mitarbeiter von mir? Euch habe ich gleich alle zwei drauf, geht schon. Das war der Trainings-Oktobus. Der bewegt sich gar nicht, oder? So, der bewegt sich. Die Sau hat sich schon wieder festgesaugt. Geht sein, geht schon. Ebert, was ist los? Ich schwäche gerade, außer ich bin ja nicht Ihr Mitarbeiter, ich bin ja Teil der Portion. Nächster, VPM. VPM, ich bin Geschäftsführer in Krefeld. Da steht unten auf meinem E-Mail. Ich glaube schon, oder einen großen, suchen Sie mal einen ganz großen aus. Ja, so, 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 so. Ah, so, 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 so. Ah, so, 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 so. Ja, Orega. Oder mit den Fingern. Das geht aber lang, die Kamera, hm? Ja. Ja. Das ist auch immer. Das sind nur getretet. Ach so. Verhältst du, schmeckt's gut? Ja. Alles fein? Ja. Thomas, du, 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 du. Du, 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 du. Das ist auch nicht so. 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 In Korea und China. Ich würde sagen, das ist ein Tire. Ja. Das ist ein Tire. Ja. Aber eine sehr extensiv Tire. Ich bin überraschend, dass Herr Essenmann das erinnert. und ich bin auf ein Tireside. Das ist eine Tire. Man kann es essen mal haben. Also, jetzt, du brauchst Abitur. Ja. Ich brauch Abitur. So, wir bekommen nicht die Oktopüse den gleichen Stylen, wie wir in der letzten Zeit haben? Nein. Die andere Stylen. Die andere Stylen. Das ist ein kleiner Oktopüse. Das ist... Das ist... Das ist Zeppi. Ja. Cuttlefish. Das ist ein kleiner. Das ist ein großer. Das ist auch ein großer. Oh, das ist so zitterend. Oh, einfach krass. Also der bewegt sich schon noch gut. Gehen Sie gleich noch auf den zweiten los, ja? Der zerstört auf die Zunge und nach einem Schnaps. Mmmmm. Ist es die Zunge oder die Pfingstisch, die zu zucken? Auf kann man. Der wollte mir festzahlen. Solange der nicht in das Glasenloch greift. Schade, jetzt wird der Ecke ausgekommen. Naja, jetzt mach ich mal aus, oder? Oder, zieh aus, weil dann...